Wer trifft. Krieg ich die Krise noch mit mir? Bitte? Sie laufen gleich. Ja, dann steig aus. Einmal mit Profis. Tschüss. Okay. Ich war grad abgelenkt. Leicht. Wahrscheinlich. Und Schnuppen holen die sich. Oh je. Schön. Da hinten ist noch einer, Leute. Ich fahr jetzt da hinten. Nicht? Sind alle wichtig. Mir sind alle Menschen wichtig. So. Tür stehe. So, hier durch. Na. Okay, ich bin raus. Klare Rollenverteilung. Der kann gut schießen. Ich bin raus. Stimmt. Oh. Nein, ich will nicht fliegen. Wie gerns Ding. Was ist denn das für eine Ansage? Hör mal. Was soll das? Oh Gott. Bitte nicht. Du kannst doch nicht landen. Du kannst doch nicht landen. Okay. Bitte? Was? Oh Mann. Es ist doch nicht wahr mit euch. Ah. Ähm. Oh, was für ein Striss, ey. Ja. Du warst weggeflogen. Ich hab ihn auf meiner Seite. Yes, ich hab ihn. Ey, ich hab ihn. Easy going. Wo ist der Nächste? Rechter, oder? Das kriegen wir hin. Der Nikolaus fliegt, ey. Und wie sind die Rentiere? Oh je. Wo ist der? Und da uns? Ah. Nein. Nein. Ich halte drauf. Halt still. Halt still. Wow. Was soll das denn? Ich bin so trocken, ne? Wo ist der Typ? Da kommen die nächsten beiden. Wir drehen die ganze Zeit irgendwie. Was soll das? Oh... Ich gucke. Muss ja mal so gesagt werden. Luke, du bist adoptiert. Könnt ihr euch mal entscheiden, oder wie soll das jetzt ganz Zeit so weitergehen? Das ist kein Imperialmarsch, das ist ein imperialer Arsch. Ich glaube nicht, dass er auch heißt. Das war doch George. Verdammt. Ich seh ihn. Wow. Von oben. Alles Gute kommt von oben. Die sind manchmal echt blöd, oder? Ja, naja. Oh. Der hat keine Chance. Was für eine Kriegsmusik hier. Wir sehen schon. Was spielt der besser? Alter Schwede. Ich habe eine neue Frisur, der hat mich wegrasiert. Der hat es echt drauf hier. Alter Schwede. Geh doch mal down. Geh doch mal down, Alter. Das gibt es ja nicht. Du fliegst auch echt wie ein Stück Seife hier gerade. Geh doch mal down, Alter. So. Der Imperialmarsch im Hintergrund. Schade, dass ihr das nicht hören könnt. Leute im Stream. Ja, ich seh ihn schon. Ja, ja, ja. Na, gerade um diese Zeit. Wow. Die sind echt aggressiv geworden. Sause, Brause. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Der hat uns zerledert. Der war voll aggro drauf. Was war mit dem denn los? Als hätte ich den seine Mutter gekillt. Der hat... Das ist doch nicht wahr. Wir waren so gut. Ja, geht. Jetzt werde ich wahrscheinlich... Jetzt werde ich wahrscheinlich abstürzen einfach. Jetzt, wo das gesagt wurde, werde ich einfach abstürzen. Mir ist das egal. Ich kann ruhig probieren. Mehr als schief gehen kann es ja nicht, ne? Der auch. Ich will... George. Ich... Also im Prinzip spielen wir mit George Clooney. Oh. Warte. So. Bitteschön. Wie geil, Alter. Na, jetzt. Was? Was ist denn jetzt los? Ist ja egal. Ich fliege jetzt einfach. Wo ist mein imperialer Marsch, bitte? Oh Gott. Ich sehe das auch gerade. Ich sehe auch gar nichts, wo ich fliege. Ich habe eine... Links kommt der. Vor allem, ich habe gerade eine Sichtweite von der Tischkante vielleicht. Ja, also gar keine. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich sehe einfach mal nichts. Boah, es ist echt. Ist voll mies gerade. Da ist er. Da ist er. 12 Uhr. Oh, ich drehe mich mal. So, haut drauf. Hau weg den Kollegen. Ich drehe mich mal mit dem. Jawohl. Nächster. Wow. Alter Schwede. Wir leben noch. Wir leben noch. Alles gut. War gut, ne? Oh, ich drehe mich mal mit dem. Hau ihn runter. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ah, Mist. Sinkflug, sinkflug. Komm schon. Verlass mich nicht. Don't you die. Kann ich den nicht noch irgendwie? Ich, ich rette ihn. Ich rette ihn. Ach, weißt du, ich steig mal aus als Pilot. Ne, aber. Ja. Äh, mit Y. Aber ich, da darf keiner drin sitzen halt. Geht vorab mit deiner Star Wars Musik, doch. Irgendwann haben wir nur noch einen weißen Screen. Ähm, andere Seite. Ja, ich muss noch meine Schuhe raus suchen. Sorry. Ich seh gar nichts. Es ist null Sicht hier. Ich glaub, die Luft kann man echt schneiden hier gerade. Ja, ich auch. Ich seh die Türme da hinten, aber mehr und nicht. Oh, boah, nee. Ah, ich zieh ihn. Ich zieh ihn. Alter. So, tschüss. Ne, ich glaub, der richte, oder? Ja. Langsam haben wir das Buster drauf hier. Aber ich seh einfach meine gar nichts. Null Sicht. Ist immer gut, wenn ich sehe, wohin schießt, dann kann ich da auch drauf zielen. Was, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht,еб aber ich kann ja nichts davon nachreiben.